Monty Metzger ist Unternehmer, Autor und Trendscout. Er lebt in den digitalen Medien und ist seinerzeit immer ein Stück voraus. Seine Reden, Vorträge und Workshops begeistern, erstaunen und inspirieren. Egal ob Sie eine Konferenz, Vorstandspräsentation oder ein Management-Meeting planen, Monty wird die Teilnehmer inspirieren und mit neuen Ideen aufladen. Monty Metzger ist Gründer und Geschäftsführer der Ahead-of-Time GmbH, eine Innovationsagentur mit Schwerpunkt auf Social Media und Mobile Media. Monty Metzger ist professioneller und erfahrener Redner. Bei seinen Vorträgen kombiniert er geschickt den Einsatz der Redekraft mit multimedialen Präsentationstechniken. Untertitelung des ZDF, 2020